Die Stimmung an den Märkten ist positiv, wir sehen das an steigenden Indizes, das ist schon mal ein gutes Zeichen und das am Feiertag. Na gut, ein wirklicher Feiertag ist es nicht, die Amerikaner kennen ihn sowieso nicht und auch der DAX ist unterwegs und deshalb werfen wir mal gerade einen Blick auf den. Der DAX-Index ist aktuell ganz tapfer nach oben unterwegs, hier im 15-Minuten-Chart, wir gucken gleich nochmal kürzerfristig, ist es ja auch relativ nachvollziehbar, welches die starke und welches die schwache Seite ist. Insofern würde sich das Bild dadurch ja durchaus bestätigen lassen und die Erwartungshaltung, dass der Kurs jetzt als nächstes nach oben läuft noch weiter, die ist halt relativ groß und scheint sich ja auch hier zu bestätigen. Aber wie nachhaltig ist das Ganze? Schauen wir mal beim DAX-Future, also bei dem Intraday-Kontrakt sozusagen, der Index läuft natürlich auch Intraday, aber sicherlich als Handelsbasis hat man eher den DAX-Future auf dem Plan und dann sehen wir die Aufwärtsbewegung. Auch hier sehen wir stark nach oben irgendwie wackelig runter, auch das wackelig runter, hier könnte auch A, B, C sein. Also wir sehen allerdings schon, dass es so richtig der Vortrieb noch nicht gelingen will. Wir sehen zwar hoch, ja, generell auf jeden Fall, wir sehen allerdings auch, dass irgendwie dauernd irgendwas im Wege steht, irgendwie Rücksetzer und diese Rücksetzer permanent irgendwie in diese Überschneidungen gehen. Das heißt aufwärts, ja, aber irgendwie noch mit angezogener Handbremse und das wird noch deutlicher, wenn man nach Amerika rüberschaut, nämlich zum Beispiel den Dow Jones. Ganz klar, Aufwärtsbewegung. Ich habe jetzt extra den Börsenstart abgewartet nochmal, damit wir auch gleich sehen, wie es hier direkt losgeht in den Tag heute. Und dann seht ihr, wunderbar, Aufwärtsbewegung. Aber so wunderbar, guckt euch den Rücksetzer, hier Rücksetzer an, Rücksetzer, das ist vielleicht ein kleinerer, aber der ist wieder so groß wie der. Ich versuche immer ähnlich große miteinander zu vergleichen. Es macht keinen Sinn jetzt hier so einen winzigen mit einem großen, denn das kann schnell intern dann so eine Bewegung sein. Aber wenn wir so ähnliche Größen haben und die dauernd irgendwie auf gleicher Höhe und wieder überschneiden, das heißt, die sind niedriger als der oder sogar noch als der hier, dann muss man sich die Frage stellen, ja, Aufwärts, ihr wollt, aber ihr traut dem Raten nicht da draußen. Die Marktteilnehmer sind sorgenvoll. Sie kriegen nicht den richtigen Vortrieb hin. Das ist nicht das Zeichen, was mich überzeugt, um richtig einzusteigen. So, natürlich, jetzt, solange die Bewegung hoch ist und wir irgendwie was Wackeliges runterkriegen, das müsste man hier mal genauer angucken, aber im Vergleich zur Aufwärtsbewegung gehen wir mal, machen wir einfach uns die Freude, den Spaß hier auf Minute mal zu gucken. Solange wir sehen, dass die eine Seite halt stärker ist als die andere, also sprich wackeliger ist, bleibt es wohl eher bei der Aufwärtsseite. Also für all die Feiertagsfreunde, die jetzt sagen, endlich habe ich mal nachmittags und abends Zeit, heute will ich mal mich um die Märkte kümmern, die Bewegungsrichtung klar, die Schubseite nach oben und eigentlich würde man sagen, geht weder Wackeler nach unten, böte die neue Chance nach oben. Seid aber ein bisschen vorsichtig aus den genannten Gründen, denn diese ständigen Überschneidungen auf dem Weg nach oben machen mir ein bisschen Sorge. Ich will jetzt nicht der Unkenrufer sein, es geht ja nach oben, insofern alles safe, aber eben auch hier, das ist jetzt der S&P 500, ebenfalls als Future hier im 5-Minuten-Chart, dann seht ihr eine wunderschöne Aufwärtsrichtung, naja, wunderschön kennt man anders aus dem Fernsehen, also das hat so viele hier Rücksetzer mit Überschneidungen, ich bin da vorsichtig. Also, noch nicht auf die Short-Seite wechseln, es gibt keinen Anlass, solange die Bewegung stark nach oben ist, das ist sie, erst wenn sie stark nach unten ist, vielleicht so ähnlich wie hier, und ganz, 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 ganz wichtig, dann wackelig nach oben und ebenfalls wichtig, Triggert, dann auf die Short-Seite wechseln. Ihr seht, das ist hier jetzt überhaupt nicht der Fall, insofern überhaupt gar kein Ansatz hier, auch bisher die Short-Seite jetzt großartig zu fliegen hier, im Gegenteil, noch ist es die Long-Seite, seid aber nicht überenthusiastisch, das bereitet mir Sorgenfalten. Und dementsprechend bin ich da noch etwas vorsichtig im Big Picture, ob das jetzt wirklich der tolle Start ist. Ich will nicht sagen, dass das nicht möglich ist, viele kennen das, es gibt so diese besondere Form des Leading Diagonals, das ist sozusagen am Anfang einer Bewegung, wo es hässlich aussieht. Haben wir alle schon gesehen, es hat hässlich gestartet, ist dann aber nachher doch noch schön geworden, das gibt es, es ist aber statistisch nicht so häufig, als dass man sagen kann, das ist ganz sicher das, da bin ich mir felsenfest von überzeugt, als anderes kann das nicht sein, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Also die Indizes immer noch auf der Aufwärtsseite, die Bewegung stark auf der Aufwärtsseite, wackelnde Bewegung auf der Abwärtsseite für weitere Longs nochmal nutzen, rechnet aber damit, dass das möglicherweise ein Auslaufmodell ist, was sich nicht für immer durchsetzt, also nicht für ganz lange durchsetzt. Dafür ist mir das viel zu wackelig und Trigger für die Short-Seite wären zum Beispiel Abwärtstiefs, die wir hier haben. Wäre nicht das hier schon ein Trigger? Also wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nicht erst, eigentlich wenn wir da drüber sind, also immer ein höheres Hoch, das vorherige Hoch und dann das Tief dazwischen, da der noch niedriger ist, das kann sich in den nächsten Sekunden ändern, Kurs ist ja da tapfer unterwegs, ist eigentlich das das letzte Hoch, das das vorletzte und das wäre der Trigger. Oder im kleineren könnte man auch diesen hier nehmen, ihr seht schon, der ist ja auch höher als der da, also das wäre auch in Ordnung. Aber, ah, jetzt hat er es geschafft, da seht ihr, das ist angewandte Chart-Technik hier, jetzt ist der höher als der, letzte Hoch, vorletzte Hoch, Tief dazwischen wäre ein Trigger. Und wer ein bisschen aggressiver sein will, könnte vielleicht auch diesen oder diesen nehmen, auch wenn die nicht ganz artypisch sind, artypisch meine ich jetzt damit. Also das wäre ebenfalls eine Alternative, die ich immer gut finde, zusätzlich noch mal zu gucken, ob die Abwärtsseite steil ist, die wackelige Aufwärtsseite. Also nicht allein auf diese Tiefs hier achten, sondern auch auf, haben wir eine scharfe Bewegung runter oder eiert das nur? Ich finde, die Kombination aus beiden ist eine hervorragende Bestätigung für die eine oder für die andere Richtung. Aktuell, wie gesagt, ist es noch die Long-Richtung mit der Einschränkung, dass die Marktteilnehmer noch nicht so richtig Lust haben auf der Aufwärtsseite. So, ich hoffe, dass es euch ein bisschen einen Impuls gibt für heute Nachmittag. Der Impuls, der dem Markt im Moment noch fehlt oder höchstens hier auf der ganz kleinen Ebene zu finden ist. Ihr seht das hier im Minuten-Chart, machen wir das als abschließendes Bild, als versöhnliches Bild für die Bullen. Im kurzfristigen zumindest hat man einen guten Eindruck. Auch hier, wie gesagt, wackele ich runter, würde mich motivieren, noch mal zumindest Long-Positionen zu erwägen, wenn man auf kurzer Zeit eben unterwegs ist. Das auf jeden Fall. Was ein Frühwarnzeichen ist, ist sowas. Was eine Bestätigung ist, ist sowas. Was ein Einstieg ist, ist sowas. Oder beziehungsweise dann, wenn ich es jetzt genau zeichne, sowas hier in der Richtung. Letzte hoch, vorletzte hoch, das Tief dazwischen. Und dann ist möglicherweise ruckzuck die Bullenfreude auch schon wieder weg. Ich hoffe, dass ihr die Freude am Markt nicht verliert, dass ihr das Ganze nutzen könnt. Das also, wie gesagt, nicht als Ankündigung, dass das passiert, sondern als ein optischer Hinweis, wie das aussähe, wenn es gefährlich wird. In dem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und viel Erfolg.